Cafissimo Pure. So nennt Chibo das neue Einsteigermodell für das hauseigene Kapselsystem. Willkommen zu meinem Test. Am besten gleich vorab für die Transparenz. Dieses Testgerät hat mir Chibo auf meinen Wunsch hin zur Verfügung gestellt. Ich war neugierig. Kann ein so günstiges Einsteigermodell gut sein? Wochenlang habe ich das Gerät inzwischen für euch ausprobiert und kann euch deshalb bei eurer Kaufentscheidung helfen. Mit dem Cafissimo System könnt ihr Espresso, Kaffee-Creme und Filterkaffee zubereiten. Alle Kapselsorten gehören zu einer dieser Gruppen. Das ist clever, denn es gibt Unterschiede bei der Zubereitung. Deshalb gibt es bei Cafissimo drei verschiedene Tasten zum Starten des Prüfvorgangs. Was mir sehr gut gefällt, ihr erkennt sofort auf einen Blick, welche Taste ihr drücken müsst. Denn es gibt drei unterschiedliche Gehäusefarben bei den Kapseln. Schwarz für Espresso, Gelb für Kaffee-Creme und Blau für Filterkaffee. So, jetzt geht's aber los mit der Kaffee-Zubereitung. Machen wir das mal Schritt für Schritt. Bei mir geht es immer damit los, dass ich die Maschine mit dem Powerknopf einschalte. Für ein Gerät, das im Jahr 2016 auf den Markt kommt, dauert die Aufheizphase nämlich ziemlich lange. Ungefähr 40 Sekunden. Macht aber nichts, wir haben in der Zwischenzeit genug zu tun. Zum Beispiel den Wassertank auffüllen. Der Tank sieht kleiner aus, als er ist. Da passt ein ganzer Liter rein. Ich wollte es nicht glauben, ich habe es nachgemessen. Tatsächlich, ein ganzer Liter. Für ein billiges Einsteigermodell wie die Cafissimo Pure ist das ein richtig guter Wert. In den Tank hinein kommt das Wasser auf zwei Arten. Ihr könnt den Deckel abheben und nachfüllen. Oder ihr hebt den ganzen Tank aus der Maschine und holt euch frisches Wasser direkt aus dem Hahn. Aber Achtung, der Deckel sitzt so locker, dass er beim Abheben des Tanks schnell herunterfällt. Was auch passieren kann, ich mache es ja mal mit Absicht, der Deckel fällt gerne mal in den Tank. Ist nicht schlimm, kann aber nerven. Auf die Abstellfläche der Cafissimo Pure könnt ihr unterschiedlich große Tassen setzen. Um den Weg vom Kaffeeauslauf in die Tasse zu verkürzen, könnt ihr das Gitter im Abtropfbehälter umdrehen. Das ist gut gedacht, aber völlig unnötig. Die Maschine zählt ausgezeichnet. Wenn ihr einen großen Becher oder ein Glas unter den Kaffeeauslauf stellen wollt, entfernt ihr einfach den Abtropfbehälter. Vor dem Start legen wir jetzt eine Kaffeekapsel ein. Um eine Kapsel einlegen zu können, müsst ihr den großen Bedienhebel nach oben bzw. nach hinten klappen. Dadurch wird die Öffnung freigegeben und ihr könnt die Kapsel einlegen. Ihr erinnert euch. Blaues Kapselgehäuse, blaue Starttaste. Das ist wirklich einfach. Wenn euer Kaffee fertig ist, zieht ihr den Hebel wieder nach oben. Dadurch wird die Kapsel freigegeben und fällt ins Innere der Maschine. So ist das mittlerweile leider bei fast allen Kaffeekapselmaschinen. Ja, leider, denn das sieht nur auf den ersten Blick praktisch aus. Schauen wir mal, wo die Kapseln bleiben. Ich bin sowieso kein Fan davon, die Kapseln im Inneren zu sammeln, dann statt sie direkt zu entsorgen. Aber bei der Cafissimo Pure gibt es einen speziellen Nachteil. Die Kapseln liegen in der Restflüssigkeit. Das ist unschön genug, doch erschwerend kommt hinzu, dass bei dieser Maschine besonders viel überschüssige Flüssigkeit anfällt. Damit sind wir bei einem weiteren Problem. Mir ist es mehrmals passiert, dass der Auffangbehälter überläuft. Da müsst ihr sofort unter der Maschine aufwischen. Er sollte den Behälter also jeden Tag ausleeren. Es wird zwar sowieso allgemein empfohlen, ist aber bei den wenigsten Geräten nötig. Meistens kann man damit warten, bis keine Kapseln mehr reinpassen. Davon abgesehen zeigte sich die Cafissimo Pure in meinem Test pflegeleicht. Das Gehäuse lässt sich leicht reinigen und ist, was Flecken angeht, recht unempfindlich. Die abnehmbaren Teile könnt ihr unter heißem Wasser abspülen. Für eine Reinigung zwischendurch reicht das völlig. Eine sinnvolle Neuerung stellt der abnehmbare Kaffeeauslauf dar. Ihr könnt ihn leicht abziehen und dann in Ruhe reinigen. Manche Tester haben bemängelt, dass der Ein- und Ausschalter schlecht zu erreichen sei. Das sehe ich nicht so. Ich bin zufrieden. Der Schalter befindet sich in der linken Seite unten im letzten Drittel. Sicher, vorne würde man ihn besser erreichen. Vorbildlich gelöst wurde das bei der Cafissimo Tutu Café. Der Schalter der Cafissimo Pure macht übrigens einen soliden Eindruck. Das lässt sich über das Gerät insgesamt leider nicht sagen. Die Cafissimo Pure ist ein billiges Einsteigermodell und ein wenig billig wirkt sie auch. Erst zunächst das laute Betriebsgeräusch. Bei einem Filterkaffee ist das kein Problem, aber für einen Espresso muss die Maschine mit viel Druck arbeiten und dann wird es laut. Die Dämmung kann nicht überzeugen. Das eigentliche Problem bei der Sache ist aber ein anderes. Die Maschine vibriert stark, was damit zu tun hat, dass sie nicht hundertprozentig stabil steht. Sie kann ein wenig wackeln. Nicht viel, aber es reicht, damit es manchmal laut wird. Durch die Vibrationen klappert nämlich der vordere Abtrockbehälter. Ihr müsst zwar nicht fürchten, dass der von der Maschine fällt, er ist fest mit dem Gerät verbunden, aber er hat überraschend viel Bewegungsspielraum. Und wenn wir bei den negativen Eindrücken sind, das Abtropfgitter kann leicht verrutschen. Das hätte man besser machen können. Was mich nicht stört ist, wo andere Kapselkaffeemaschinen Metallteile haben, sind es bei der Cafissimo Pure Kunststoffteile. Ich mag Kunststoff. Sogar der große Bedienhebel ist aus Kunststoff. Kein Problem, aber ich mache mir ein wenig Sorgen, wie lange die Mechanik durchhalten wird. Die ist ein wenig schwergängig und klingt nicht besonders langlebig. Chibo scheint hingegen Vertrauen zu haben. Die Garantiezeit dauert 36 Monate ab Kaufdatum. Wahrscheinlich ist das Gerät stabiler, als es den Anschein hat. Ich rate trotzdem dazu, euch die anderen Cafissimo-Modelle anzusehen und vielleicht ein paar Euro mehr auszugeben. Zu meinen Testberichten über die Modelle Classic, Latte und Tutu Café gehört wie hier jeweils ein ausführliches Video. Ein Wort noch zum Kapselsystem von Chibo. Ich habe inzwischen jahrelange Erfahrung mit Cafissimo-Geräten und bin von der Handhabung und vom Geschmack der Getränke überzeugt. Zudem sind die Kapseln relativ preiswert und ihr bekommt sie sogar am Supermarkt, im Chibo-Regal. Übrigens, mit den Cafissimo-Geräten könnt ihr inzwischen auch Tee zubereiten. Allerdings gibt es erst vier verschiedene Sorten. Ich mag alle vier, aber hier sollte Chibo wirklich die Auswahl vergrößern. Kommen wir zum Fazit. Mit der Cafissimo Pure bekommt ihr ein sehr günstiges Einsteigergerät. Der Einführungspreis im Testzeitraum im März 2016 betrug bloß 49 Euro. Da musste Chibo irgendwo sparen. Das merkt man leider. Was die Verarbeitung angeht, bleiben Wünsche offen. Andererseits bekommt ihr für wenig Geld eine Maschine, mit der ihr das komplette Kapselsortiment von Cafissimo nutzen könnt. Beim Kaffeegeschmack kann ich keinen Unterschied feststellen. Der ist genauso gut wie bei den Cafissimo-Geräten, die mehr kosten. Die Cafissimo Pure ist leicht zu bedienen und unkompliziert zu reinigen. Trotz der im Test genannten Schwächen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis deshalb ziemlich gut. So, und wenn ihr jetzt noch nicht sicher seid, ob die Cafissimo Pure die richtige Kaffeemaschine für euch ist, werft einen Blick auf meinen Testbericht in Textform. Außerdem empfehle ich euch meine Testberichte von anderen Cafissimo-Geräten. Bis gleich auf kaffeenavigator.de